Hallo und Willkommen zurück zu einem neuen Video. Ja, wir spielen heute Hausflipper auf dem Handy und das ist unsere Bude. Ja, und ihr seht, die ist noch ziemlich verranzt. Und ich würde einfach sagen, ja, räumen wir die einfach mal auf. Das ist ja unser Job. Ich weiß, sehr unspektakulär. Den Müll einmal, wo packen wir den hin? Also wir werden uns eine richtig geile Bude machen, das weiß ich schon. Den Eimer packen wir erstmal hier hin. Genau. Erstmal den ganzen Müll hier wegbringen. Ja, okay, noch mehr Müll. Ich sehe schon, wir holen uns die ganzen Sachen, wir machen da das perfekte YouTube-Zimmer für. Okay, haben wir hier noch irgendwo Müll? Ähm, nö. Oder doch, oh, die Toilette. Okay. Dann zur Not auch unten noch ein, äh, oh, sorry, nicht. Dann zur Not unten auch noch ein Dingens, was uns zeigt, wo wir Müll haben oder was wir gerade machen müssen. So, die Fenster putzen. Ah, ja. Noch ist unser Bruder ziemlich abgeranzt, aber die wird noch schön, glaubt uns. Hey. Werde Hände, um das Fenster auszutauschen? Fenster, was haben wir denn da? Ähm. Können wir eigentlich so lassen. Ja, wobei, sollten wir schon vielleicht... Ich würde schon modern haben. Ah. Okay, dann holen wir mal ein bisschen Wischmopp und machen hier mal, äh, ja, erst das Badezimmer fertig. Das ist immer das Wichtigste. Hier verbringt man 20,5 Uhr Zeit, aber es soll ja auch schön aussehen. Mit 9000 Money sollten gut was anfangen können. Ähm, ist hier noch drück? Oh, äh. Also wir können jetzt zwar noch nicht so viel machen, aber das wird schon. Ach, Spinnweben. So, sieht auch gar nicht mehr so schlimm aus. Schmutz beseitigen, ja. Äh. Eieieiei. Gut. Äh, da haben wir hier. Nehmen wir kurz die Hände, genau. Oh, die Toilette, Alter. Äh. Kann ich die nicht... Kann ich keine andere holen? Perfekt. Oh, da brauchen wir jetzt natürlich, äh, einmal Shop und suchen jetzt ein... Hausgewicht, cool Türen. Badezimmer da. Toilette. Da ist eine, ui, für 1000 Euro. Fündig aber in Ordnung fürs Erste. Oh, ja, bitte zu schwarz. Oh, ja. Die sieht doch schon viel schöner aus. Da kann ich auch nichts mehr anfangen. Und schon eine schöne. Okay, Waschmaschine, Waschmaschine. Ähm. Wo finde ich das denn? Kann ich suchen? Ah, ja. Waschmaschine. Waschmaschine. Wasch. Ah, ja. Widi ist gesperrt. Nicht mehr. Wir haben genug Coins. Schön für 2000. Oh, tut zwar weh, aber, naja. So, das ist eine schöne neue. Gut, dann brauchen wir natürlich noch eine Heizung. Hm. Ich will hier einfach eine kleine holen, die reicht. Wunderschön. Was ist das hier? Braucht keiner. Weg damit. Das braucht keiner. Weg damit. Weg damit. Weg damit. Wir brauchen hier was schöneres. Oh, einen anderen Spiegel. Installation tauschen. So, äh. Wandventilator. Ja. Oh, viel schöner. Diese Schränke, äh. Das kann man alles nicht mehr gebrauchen. Sieht, man sieht doch schon gleich viel wohnlicher aus. So, ich würde jetzt aber gerne, ja, hier doch das noch umstreichen. Und zwar... Hm. Ja, einfach in Weiß. Ja, doch. Weiß sollte reichen. Wunderschönes Weiß, bitte. Oh, ja. Das ist auch viel besser. Viel, viel besser. Wir bauen uns hier unser Traumhaus. Ja. So soll's sein. Einfach ein weißes Badezimmer. Auf dem Boden fließen. Ja, gut. Andere Tür machen wir auch noch. Das wird noch. Natürlich müssen wir ja auch zwischendurch noch ein paar Aufträge machen, damit wir Geld haben, um unser Büro schöner zu machen. Auch wenn das gerade nur das Badezimmer ist. Aber naja, ne? Man soll ja nehmen, was man hat. So ist es nicht. Und wir machen das Beste draus. Also... Ist ja gut. So. Okay, die Decke machen wir... Machen wir Decke auch, weil sie ja kommen. Wenn wir schon dabei sind. Komplett weißer Raum, ja. So, natürlich brauchen wir später auch noch das ganze Geld für unser gutes Gaming Equipment, was wir dann noch holen. Ja, ist ja gut. Gut, dann gehe ich eben aus dem Internet raus. Meine Güte. So. Okay, also jetzt brauchen wir natürlich hier die Fliesenkelle. Wir wollen schönere Fliesen. Fürs Badezimmer. Was nimmt man denn da? Hinter der Mauer. Hinter der Mauer. Ach, kommt die hier. Oh, so rot. Lass mal gut schauen. Nee. Rot nicht. Die hier. Machen die ganz klassisch hier in schwarz. Mensch und schwarz, ja. Hier muss ja noch eine Dusche rein, irgendwie. Irgendwie kriegen wir das hin. Ja, oh, schaut euch das an. Das sieht doch schon viel angenehmer aus, oder nicht? Jetzt vorher. Machen wir noch eine schöne Tür. Hm. Für 1000 können wir uns kurz eine gönnen. Yeah. Ach, schaut euch das an. Ich will ja jetzt ein bisschen noch machen, aber Badezimmer sieht auch übelst modern aus. Die Farbe nehmen wir mal kurz mit und packen sie mal hier raus. Ui, okay. Gut, dann geht es jetzt natürlich daran, ein Waschbecken zu holen. Ach ja, stimmt, da fehlt ja noch was. Beleuchtung. Ähm. Oh, man kann auch... Oh, oh, ja. Die hier möchte ich. Ja. Lichtschalter. Auch rauswechseln gegen... So einen. Ja. So. Gibt es gerne... Geht das? Wisst ihr was? Ich habe eine Idee. Was ist das, wenn wir die Toilette hier hinpacken? Dann nehmen wir das Waschbecken. Und dann auf der anderen Seite... Wisst ihr was? Das packen wir weg. Also, das kommt woanders hin. Passt mal auf. Das lagern wir mittlerweile oben. Das kommt nicht ins Badezimmer. Stellen wir es mal hier hin. Ich meine, wir haben ja noch Flugplatz. So, komm mal mit, Toilette. Dicht drehen wir mal. So. In die Ecke mit dir. Dann holen wir jetzt jetzt schönes Waschbecken. Ähm. Ja. Badezimmer. Hier. Da. Waschbecken. Oh. Das geht aber auch so richtig schön. Kann ich alle entsperren? Hm. Ja. Was holen wir denn da? Wir holen einfach so ein ganz normales... Wir holen einfach so ein ganz normales... So. Und hier auf diese Seite kommt dann nämlich einfach eine schicke Dusche. Haben wir ja. Für 1100. Ja. Da in die Ecke. Und da können wir vielleicht sogar den Druckler wieder hinstellen. Schaut mal an. Haben sogar noch Platz. Haben sie mal mit. Hey. So. Wunderbar. Fehlt jetzt hier noch ein bisschen... Ah. Ein Spiegel fehlt noch. Genau. Ein Spiegel. Nehmen wir den hier. Aber bitte in schwarz, wenn es den gibt. Ja. Oh. Schick. Ja. Das ist doch mal ein schönes Badezimmer, oder nicht? Heller Leuchtsitz. Wir haben neue Fliesen. Ach. Schön. Ja. Nehmen wir jetzt auch schon seit 11 Minuten auf. Würde ich sagen. Das war's für den ersten Part, ne? Fürs Badezimmer. Im zweiten Part werden wir dann wahrscheinlich das Wohnzimmer machen. oder wir machen eine Mission, um ein bisschen mehr Kohle zu kriegen. Weil ihr seht ja, hier muss doch noch ordentlich was gemacht werden. Wobei, passt mal auf, wir verkaufen einfach das... einfach alles. Und holen uns dafür dann einfach, was viel schöner ist. So machen wir übrigens Kohle und mit in einer Mission. Also ich glaube, das kann doch richtig schön werden. Also... Alle weg damit. So, die ganzen rustigen Dinger brauchen wir nicht. Wir machen uns das perfekte YouTuber-Haus. Hehehe. Ja. Und genau, würde ich sagen. Das war's mit der Folge. Vielen Dank, dass ihr eingeschalten habt. Ich verkaufe noch ein bisschen. Mach noch ein paar Missionen. Und dann machen wir nächste Folge. Ein Raum weiter fertig. Und... Die dritte Folge wird dann eine Mission sein. Die vierte Folge dann wieder weiter adikorieren. Ja. Macht's gut. Und ciao. Euer Wettgeber. 10-MP ceux. 1-ient möglich. 3, 4, 3, 4, 6, 0. 1-Nation. 3-Go.